ich darf euch wieder recht herzlich willkommen heißen zu einer weiteren folge infinity train heute wieder mit dabei von sie wer verstummt ist und wie ich habe gesagt es war nicht gemütet komischerweise ja wir haben mittlerweile genügend stahl besammelt das heißt wir werden da jetzt ein bisschen ausbauen und ich bin gerade noch überlegen weil ich habe mich noch gehandelt das holz aufgenommen ich habe da jetzt noch eins vor das ist das büro so knapp ich muss auf jeden fall noch auf mindestens eins vorgehen ich wollte gerade sagen eins breite muss kommt einmal da oben mein büro hin da die normalen stahlböcke einmal her war mal eine konsole für dich daher dann musst du die mal rüber laufen einmal um den ersten stahlträger dann werden wir jetzt mal her gehen wenn das ganze da einmal zu sägen da nicht so so wie platzieren wir das jetzt ist ja genau mal geht es so platzieren schlimmer spaß ich weiß es nicht mehr aber ich glaube ich wollte das so machen so und so das ganze moment einmal herum herum du hast jetzt das säge oder die ziegelsteine blöcke auch schneiden oder aber die bräuchte geschnitten ich muss nur steine und ich habe keine es gerade in der ecke ja oder ja das passt ja passt ja passt gut werkmann brauche ich auch noch das steht unten steht im erdgeschoss das ist denn da muss dreimal gegner mir das andere ist hier mal die säge noch drin also wenn wir jetzt zu viel gesägt haben, können wir eh wieder zurückbauen naja, Moment geht schon, legt schon, machte weiter weh so zusammen aber nein, weil ich brauch den ich glaube, ich hab schon jetzt wenig Stahl oh neee was soll denn das jetzt hier? so jetzt? ja genau das war jetzt so das war so überall rundherum und posten dran bitteschön ah danke vielleicht was bis oben zu machen beim MME, oder soll ich es verlassen? mach es komplett so dann mach es noch auf der anderen Seite genauso breit aber, ja das geht jetzt gerade nicht mal aber Davy wollte uns auch ihre Baukünste zeigen, oder? nein, wir schauen es selber machen vertraut uns anscheinend zu viel an ändert uns noch nicht lang genug, glaube ich, ja das geht jetzt einmal so rundherum das geht jetzt erst aus einem nicht das geht jetzt erst aus einem nicht ich habe es geht jetzt nicht doch materialmäßig aus mir so, die letzten noch da geht es noch na ooo das geht schon blödsinn mal hallo hallo warte, hätte ich eh noch welche gehabt? ich habe beobachtet kann es nicht arbeiten so, dann schnappt das wo ist es jetzt noch am Zaun? das gibt welche werden da hübsch und so normal reisen gibt ok mal kurz ja moment und was euch dazwischen abend zwischen dem fenster zwei steine immer setzen wie es ausgeht ok ich schaue bis zum ende hin ich kann es da nicht aus das ist jetzt bei der sind beim buchte ich müsste draußen um eins reinrücken das ist auch in der mitte wo die sich treffen einfach um eins reinrücken können wir jetzt mitris geblieben das geht natürlich auch dahin wo ist denn die mitte überhaupt die mit der wir sind auf der anderen seite da ist hier ist ein transit da oben ein steg und nicht runterfallen können theoretisch mit unseren jetpack ist es eine sache er wird keine schuhe an ich habe es genau gesehen und man hat es auch gehört ich habe es nicht gehört ich war zeitig ich habe nur ich habe nur die schuhe an mit der sie automatisch ein die stufen überläuft deswegen glaube ich hier gerade auch automatisch rüber das kann man aber einstellen auch gerade das ist einschlange ich habe mein kopf braucht man keine schule dafür das reisenden von sie die einstellung ist aber erst ab 1 10 ist genau im weg die werden unnötigste was sie eingeführt haben ich kenne leider viele damit zocken bank ist einer davon ich mag den auto jump überhaupt nicht gar nicht mein büro mein büro mein büro so das dach wird jetzt noch interessant so und ich habe um zwei steine zu wenig einstecken jetzt ist ja auch das geht sich genau perfekt die stromleitung muss ich jetzt aber dann in der wahnweite oder du kannst das ruhig daher link da da oben da so damit ich da eine batterie einsetzen kann und von der batterie da ist sie ok dann passt es wieder der höhe haben jetzt gerade da kommt da kommt es raus die stromleitung aktuell habe jetzt das ding hingelegt daher geht die kabel gerade alle das dach oben bleibt offen da in dem raum gehört das wird nicht zugemacht richtig wohl da wo ich mein büro das ist auch noch ein büro haben so ja trennen wir ein einzogen das kannst auch ein ziel da hinten ist dein büro aber ich nicht mehr nein du bist in das nächste gebäude kommt ein büro rein das büro oder was da eine lagerverwaltung genau da kannst du im grund genommen die komplette mitte zu machen auf der seite das eine große kann verlassen woche ist das linke da hat das in der mitte macht zu genau das machst du und das rechte ganz offen lassen ich mach da zu zweier fenster hast du auch machen das möchte das so schlafen das so hast du aber bilder aufhänger wenigstens dann nimmst den kopf der wir im haus hängt noch ein übrig ja vor der türke dass keiner reinkommt das ist der todeskopf oder wie ich habe einen dv-kopf meine trophäer kann ich gut kennen müssen wir dann als tampenwell machen oder so die trophäer kommt aber da her so ist das deine frau auch oder klima ist das die wir davon nix weiß die tun so als würde sich so vermissen jetzt jung das kann ich schon sagen ja so dass man 3s und nicht herstellen kann ja einfach mal meinen kopf geklaut geht doch gar nicht doch ich darf das ich bin schon wieder ein neuer lange ist die frage so wie machen wir jetzt das dach ja das die ziegelsterne haben wir aktuell noch 40 und noch alle wände ganze dach will das jetzt auch noch aktuell nach mir noch überlegen wie wir das machen einer schimmer hast du in die kupplung mit oder liegt im zug die liegt im zug im dritten anhänger auf die uhr schaut spätissen es war noch nicht zeit zum schlafen nein im letzten ist hoppola im letzten letzten roten warum irgendwas jetzt überfordert jetzt überfordere ich ein bisschen die log die boden holen gehen oder was ja ich geh die boden holen viel erfolg die händisch machen ja ich weiß ja gerade die tunnelbomische schneider will in die ms team rein oder das ist egal brauchen wir ja dann wieder jetzt eventuell ja brauchen wir dann wieder hast du einen parallel weichen baut nein habe ich nicht brauchen wir zwei stück auf jeden fall mindestens ja aktuell brauchen wir auf jeden fall mit zweitem weitermachen könnten ähm ja gut ich brauche ich glaube in der mitte der die gleise umstellt ich glaube schon shit wo auf was wird das nein das war das vor allem auf i glaube ich nicht stimmt wir haben freigemacht oder nein habe ich noch nicht ich habe vergessen wo ich mir das inventar hingeklickt habe keine ahnung du bist auf jeden fall frei du kannst fahren ja ich muss mal schauen wo ich die so so von sie kannst du bitte abmoderieren kann ich muss ich schon ich schon soweit ja ich hoffe ich habe euch wieder spaß gemacht ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein ich wünsche euch dann auch viel spaß bis zum nächsten mal tschau 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 tschau